Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Ich bin hier gerade am Strand und genieße das schöne Wetter. Ich habe es so richtig gut. Ich bin so glücklich. Es war jetzt auch mal wieder Zeit nach der langen Buchlounge-Phase. Da muss man ja immer super viel posten und machen und tun und schreiben. Und jetzt habe ich endlich mal wieder ein bisschen Zeit für mich und kann das Ganze mal so ein bisschen reflektieren. Und das ist voll schön. Und vielen Dank für die ganzen Feedbacks zu meinem Buch. Ich bin so glücklich, weil ich weiß, dass das Buch mega geil ist. Aber ihr wisst, was ich damit meine, dass das Buch einfach richtig, richtig toll geworden ist, weil es eben auch immer wieder Überarbeitung und immer wieder Zeit reingesteckt, immer wieder meine ganze Energie reingesteckt. Und das freut mich so, dass ihr das genauso seht und euch das so viel hilft. Vielen, vielen Dank für die ganzen Feedbacks. Und yes, ihr könnt mich unterstützen, wenn ihr eine Rezension schreibt, dort, wo ihr das Buch gekauft habt, bei Amazon oder beim Buchhandel oder wie auch immer, dass noch mehr Menschen auf die Welle aufspringen und noch mehr Menschen verstehen, was sie für ihre Gesundheit tun können. Und wir damit ein Zeichen setzen für die neue Zeit und für all das, was jetzt anbricht. Und ja, da würde ich mich riesig freuen, wenn du mich da unterstützt. Und wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich auch riesig freuen, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst. Und heute teile ich ein Video mit euch auf Social Media. Genau. Viel Spaß dabei. Hallo ihr Lieben. Ich bin hier am Strand und genieße das gute Wetter. Nach all dem Trubel mit dem Buch habe ich mir mal eine kleine Auszeit gegönnt, weil auch ich wieder verstärkt im Kopf war und verstärkt in diesem Programm. Und da ist mir nochmal so einiges klar geworden, dass man da super schnell wieder reingezogen wird in den Sog. Und meine Mission hier auf der Erde ist ja, dabei, was ich sage, auch authentisch zu bleiben. Und deswegen ist es für mich immer so, 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 so wichtig, auch eine Auszeit zu nehmen für mich und für mich alles zu reflektieren und für mich zur Ruhe zu kommen. Denn was bringt es, wenn ich wie ein Flummi immer weitermache, also super schnell und ohne Pause, und dabei dann nachher selber den Spaß verliere? Das geht gar nicht. Und deswegen gönne ich mir jetzt mal. So, und ich danke erstmal für all die Rezensionen zu meinem Buch. Ich bin so glücklich, dass es euch so viel bringt. Und ich wusste das ja. Ich weiß ja, dass das im Moment eine krasse Zeit des Wandels ist und ganz viele Leute aufwachen und sich auf den Weg zu sich selbst machen und merken, dass ihre Symptome oder die Erkrankung, die Depression, die Allergien, die Hauterkrankungen, die chronischen Darmerkrankungen, all das nur ein Zeichen dafür ist, dass sie nicht auf dem richtigen Seelenweg sind und dass eine Tablette nichts bringt und dass auch die ganzen, ja, wenn wir die Symptome so schulmedizinisch betrachten und dann uns in dieser Entwicklungsphase einfrieren mit Tabletten, das nichts bringt. Wir müssen da durch. Und für uns alle ist jetzt gerade eine große Zeit der Veränderung. Und ja, wenn du da Unterstützung brauchst, begleite ich dich sehr, sehr gerne. Wenn du lernen möchtest, mit deinen Emotionen umzugehen, begleite ich dich sehr, sehr gerne. Wichtig ist, die Emotionen fließen zu lassen, anstatt sie aufzuhalten, zu stoppen und wieder zu funktionieren. Es wird nie mehr so sein, wie es mal war. Wir sind im Wandel. Und das ist richtig cool. Das ist super, weil die Erde kann einfach nicht, es kann einfach nicht so weitergehen, wie es jahrelang gegangen ist. Und jetzt sind wir Frauen gefragt, unsere Qualitäten herauszuholen und wieder zu uns selbst zurückzufinden. Und Susanne und ich sind da ja ganz ambitioniert drin. Rise Sister Rise, unsere Fortbildungsveranstaltung, wenn du da noch Bock hast. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wann ich das Video bringe, aber am 9. bis 11.4. sind wir da ein Wochenende unterwegs, wenn du Bock hast. Sei herzlich eingeladen, also fühl dich herzlich eingeladen. Und genau, das Ärztecoaching findet auch am 19.4. die letzte Runde vor der großen Sommerpause statt. Wenn du noch Bock hast, in dich zu investieren, für dich zu gehen, die neue Zeit, also nicht mehr im Alten zu verbringen, sondern wirklich neu zu starten für dich und die ganze neue Energie für dich, jetzt ist mein Video ausgegangen, ich weiß nicht warum, aber gut, dann bleibt es eine Podcast-Folge, für dich zu nutzen, dann melde dich herzlich gerne fürs Ärztecoaching an. Und es ist ja Early Bird Preis 1500, das ist super günstig im Vergleich zu allen anderen Coachings, ist das eigentlich quasi hinterhergeworfen. Aber ich brenne für euch und im Moment ist das der Preis. Und ja, es wächst natürlich mit meinen Erfahrungen. Was ich heute teilen möchte, ist, was mir so klar wird, auch gerade jetzt wieder, ich habe immer versucht, normal zu sein, beziehungsweise ich habe immer gedacht, oh, mit mir stimmt was nicht. Vielleicht kennst du das auch, dass du denkst, oh nee, das muss ich noch an mir verändern, dann bin ich gut. Oder nee, also das darf ich nicht zeigen in der Öffentlichkeit, das passt ja nicht zu dem öffentlichen Bild und das passt auch nicht zu dem und das passt auch nicht zu dem und so kann ich als Ärztin nicht sein und so kann ich als Mutter nicht sein und so kann ich als Freundin nicht sein, so kann ich als Ehefrau nicht sein, bla 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 bla. Und das kenne ich von mir, weil ich kenne das sowohl im Beruf, dachte ich immer, oh ey, wenn alle mitkriegen, wie ich in echt bin, dann so kann ich als Ärztin nicht sein. Und das ist Bullshit. Weil ich einfach nur in das System der Schulmedizin nicht reinpasse, und mein eigenes Leben als Ärztin erschaffe und ja, das passt viel, viel besser zu mir und so muss ich mich nicht verstellen und so kann ich so sein, wie ich bin. Und das passt auch zu dem, was meine Wahrheit ist. Und genau das gleiche erlebe ich auch in anderen Bereichen, also jetzt zum Beispiel im Bereich Privat. Dann dachte ich manchmal, also ja, also bald werde ich ja normal, bald werde ich dann häuslich, bald werde ich dann so, dass ich eigentlich nur noch arbeite und häuslich bin. Und jetzt wirke ich gerade so, oh scheiße, das geht nicht. Das passt einfach nicht zu mir und dann unterdrücke ich mich selbst. Ich kann das nicht. Es geht nicht. Es funktioniert nicht, weil dann komme ich in eine, ja, dann habe ich meine Power nicht mehr, dann habe ich meine Leidenschaft nicht mehr. Und so geht es für mich nicht anders, als immer wieder aus diesem Programm, diesem Arbeitsprogramm, diesem Funktionieren-Programm, was heißt Funktionieren-Programm, aber ich will ja auch was auf der Welt erschaffen, ich möchte ja auch für euch da sein, aber daraus auch immer wieder auszubrechen und was richtig Großes für mich zu machen, nur für mich, nur für mich eine Auszeit zu nehmen, nur für mich jetzt hier am Strand zu liegen und zu reflektieren, okay, ich nehme was für euch auf, weil ich es einfach nicht lassen kann und weil ich so gerne helfen möchte, aber gleich chill ich wieder und mache einfach nur was für mich. Und was ich festgestellt habe dabei, ich habe immer wieder versucht, normal zu sein, immer wieder habe ich versucht, okay, und jetzt mache ich für euch ein Leben wie alle anderen. Oh, und dann bin ich bereit für Haus und Kind und dann bin ich bereit für Praxis und für immer, jetzt bin ich für immer das und das. No, das funktioniert einfach nicht. Das Leben ist im Wandel und du darfst dich immer wieder reflektieren, du darfst immer wieder anders sein, du darfst immer wieder neu entscheiden und du darfst immer wieder deinem Herzen folgen. Und genau so tue ich es. Und genau das ist richtig, weil ich so richtig gemerkt habe, ich habe jetzt in letzter Zeit sehr, sehr viel Arbeit ins Buch gesteckt und irgendwann habe ich dann so gemerkt, okay, ich bin total im Programm, jeden Tag das Gleiche und es kostet mich auch eine große Überwindung, dann mal was anders zu machen, also plötzlich mal rauszugehen und zu kalten zu gehen. Das habe ich wirklich den ganzen Winter nur für die Arbeit unterdrückt oder nicht gemacht oder wie soll ich das sagen? Wow, und was das mit mir gemacht hat, voll im Programm, aber voll. Und da auf einmal konnte ich verstehen, wie es Menschen geht, die immer nur ihren Programm folgen, weil es super schwer ist, da auszusteigen, super schwer wieder den Leidenschaften zu folgen und super schwer wieder herauszufinden, was will ich eigentlich? Es ist super schwer, wenn man so lange im Programm war. Und deswegen, und das habe ich gecheckt und deswegen habe ich gesagt, no, das passiert bei mir nicht, ich gehe sofort wieder dahin, worauf ich Bock habe und mache das einfach für mich. Weil nur dann kann ich auch richtig anderen Leuten helfen, wenn ich für mich groß was tue. Und ich frage mich immer, wie das bei anderen ist, die so richtig große Business haben und andauernd arbeiten und so weiter, wie die das können. Ich auf jeden Fall brauche auch ganz schön viel Zeit für mich und das ist auch gut so. Und jeder darf das für sich gucken, für sich feststellen, was brauchst du und was für ein Mensch bist du und wieso sollen wir alle gleich sein? Wieso sollen wir alle normal sein? Ich meine, das Wichtigste ist doch, sich selbst anzunehmen und sich selbst treu zu bleiben und ja, das zu machen, worauf man richtig, richtig Bock hat. Egal, was andere Leute machen und egal, was andere Leute dazu sagen. Ich habe immer gedacht, ich bin zu laut, ich bin zu schnell, ich bin zu aktiv, ich bin zu wild, ich bin zu, ich bin den anderen Leuten zu schnell, ich bin zu, immer dieses zu, zu, zu ja und bald bin ich dann normal. Ne, so kann ich nicht sein. Ich bin so, wie ich bin und das ist gut so, denn nur, wenn ich so bin, wie ich bin und glücklich bin, bin ich für die anderen eine Inspiration, sagen wir mal so und das kannst du immer wieder offen und ehrlich kommunizieren mit deinen Angehörigen, mit deinen Liebsten, dass die dich richtig verstehen, dass die dich richtig verstehen und dass die deine Wünsche respektieren und ich meine, ich respektiere auch die Wünsche von allen anderen und von daher wünsche ich mir einfach nur, dass jeder mich so lässt, wie ich bin und das ist voll schön und das wollte ich heute mit euch teilen und ja, vielleicht kennst du das auch, dass du dich versuchst zu verstellen für andere, aber ich lade dich dazu ein, du selbst zu sein und ganz und gar deine Qualitäten hier in die Welt zu bringen, denn nur wenn du ganz du selbst bist, bist du ganz und ja, bist eine Inspiration für andere, wie schon gesagt. Wir sind gerade in einer krassen Zeit des Wandels und witzigerweise kommt gerade dann mein Buch, ich bin so, also ich weiß nicht, ich bin, ich weiß gar nicht, noch gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil das berührt mich zutiefst, dass gerade auf der ganzen Welt das Thema Gesundheit in aller Munde ist und dann mein Buch rauskommt mit dem krassesten Neuansatz beziehungsweise Neuansatz, das ist eigentlich ein uralter Ansatz, der nur verschüttet worden ist, dieser Ansatz, dass wir selbst unsere Gesundheit erschaffen, dass wir selbst mit den Gedanken unsere Gesundheit erschaffen, dass wir selbst im Geiste, der Geist ist die krasseste Macht, die wir haben und warum nutzen wir sie die ganze Zeit nicht beziehungsweise warum nutzen wir es gegen uns, warum machen wir, warum benutzen wir die Kraft gegen uns, warum benutzen, warum denken wir ängstliche Gedanken, warum denken wir negative Gedanken, die uns dann auch negative Gefühle machen und unseren Körper negativ beeinflussen, warum? Und vor allen Dingen, was tun wir uns damit selbst an? Da sind wir wieder an dem Punkt, es geht alles um Selbstliebe, immer wieder um Selbstliebe. Was und was ist, das ist jetzt wichtig, was kann ich jetzt noch für mich selbst tun, was kann ich noch mir selbst geben, denn, verstehst du, das ist auch das zweite Wichtigste, es fängt immer bei dir selbst an und immer im Innen, das heißt, wenn du dir mehr Wertschätzung im Außen wünschst, dann gib dir doch erst mehr, gib du dir erst mehr Selbstwertschätzung, wertschätze dich selbst erst mehr, sei weicher mit dir, sei nicht so hart mit dir, denn wenn du immer hart mit dir bist, dann ist auch das Außen hart mit dir, es beginnt immer erst bei dir selbst. Und was ich erlebe in der Außenwelt, ist, wir versuchen, wir, ja, wir wollen die anderen heilen, wir wollen, wir wollen, ja, in den Entwicklungsländern helfen, wir wollen, spenden, wir wollen alles Mögliche machen, aber fang nicht bei uns selbst an, erst bei uns selbst. Denn dann verändert sich das gesamte Außen, wenn jeder erstmal bei sich selbst anfängt, dann müssen wir nicht dauernd bei allen anderen die Brände löschen. Verstehst du, was ich meine? Ja, es ist ein riesen Wandel im Moment, im Außen zu sehen, und es ist total schön, denn dafür fühle ich mich, bin ich hier und genau dafür ist alles in den letzten Jahren passiert, was passiert ist. Ich habe mich vorbereitet und jetzt, ja, fühle ich mich genau dafür berufen und wenn du Bock hast, da ein Stück mit mir zu gehen oder dich von mir unterstützen zu lassen, dann ist das Ärzte-Coaching vielleicht genau das Richtige am 19.04. oder auch das Coaching zum Buch Intuitiv Gesund, das am 28.06. startet oder du kommst mit mir und Susanne live auf eine Rise Sister Rise Fortbildung. Egal und wenn du erstmal einsteigen willst, dann hol dir das Buch. Ich habe das Gefühl, dass das richtig groß wird mit dem Buch und dass viele Leute natürlich gerade jetzt das Thema Gesundheit interessiert und gerade jetzt wir einen neuen Ansatz wollen, gerade jetzt wollen wir nicht mehr uns abhängig fühlen von irgendwelchen Medikamenten, von irgendwelchen, ja, von außen bestimmt, sondern wir wollen uns selber von innen bestimmen, selbstbestimmt, frei, glücklich, gesund. Das wollen wir jetzt, oder? Danach sehnst du dich doch auch, wieder ganz du selbst zu sein, wieder ganz gesund, wieder ganz glücklich und das alles funktioniert. Das kannst du haben, wenn du deine Kraft für dich nutzt und nicht gegen dich. Wenn du all deine Gedanken für dich benutzt und nicht gegen dich. Wenn du plötzlich für dich gehst und nicht mehr gegen dich. und das fordert manchmal ein bisschen Mut, erfordert manchmal ein bisschen Mut, sich dazu zu entschließen, das Geld für sich zu investieren, die Zeit für sich zu investieren und anderen vielleicht auch mal ein Nein zu geben, die einem nicht gut tun. Und vielleicht ist gerade jetzt die Zeit, um aufzustehen für sich selbst, um aufzuwachen, um Programme zu verlassen, die einem nicht mehr gut tun und um sich Unterstützung zu holen. Du musst das Ganze nicht alleine machen. Und vor allen Dingen auf dein Herz zu hören, zu hören, was dein Herz dir sagt und auf die neue Welle aufzusteigen und das Alte zu verlassen, denn das Alte stirbt gerade und das Neue wird geboren. Trau dich jetzt, für dich zu gehen, in dich zu investieren, denn dein Geld ist nirgendwo besser angelegt als in dir, in deiner, in deiner, in dein, in dir selbst, in deinem Wissen, in deinen Erfahrungen. Und ich weiß, wie schwer es manchmal ist, aber ich weiß, dass das einen Riesenwandel mit dir macht, wenn du dich traust, für dich zu gehen, in dich zu investieren und dein gesamtes Leben zu verändern. Ich bin für dich da. Ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung schreibst für das Buch oder für den Podcast und ich danke euch allen für die ganzen Feedbacks und für die ganzen, ja, den ganzen Zuspruch, die ganzen Bilder, die ihr mir schickt und ich sende euch ganz liebe Grüße, macht's gut, alles Liebe, ciao, ciao. Ach so, und ich wollte noch sagen, der Podcast macht eine Sommerpause wahrscheinlich, wenn ich mit meinem Mann die zwei Monate unterwegs bin mit dem Bus, ja, habe ich ja euch schon erzählt, ich will auch mal ein bisschen wieder reflektieren, ich weiß eh, dass das alles groß wird, was ich mache und wieso soll ich mich jetzt beeilen, wenn eh alles kommt und ich meine, ich habe Bock, aber ich möchte auch nicht meinen Mann vernachlässigen und auch nicht das Genießen vernachlässigen und das mache ich jetzt im Sommer, zwei Monate, natürlich mache ich nebenbei meine Coachings, das ist klar, aber ich werde nicht mehr so viel umsonst in der Zeit machen, weil ich die Zeit dann lieber mit meinem Mann verbringe, der sich das wünscht, dass ich mehr Zeit für ihn habe und das finde ich auch, das wünsche ich mir auch und das geht los. So, dann alles Liebe, bleib gesund, deine Tina. wie ich alles bracken kann. Weil wir,